Hallo und herzlich willkommen zur Galaxis-Eroberung in Star Wars Battlefront 2 mit dem Drachenburschen. Und natürlich auch mit dem Len 16, der hier schön die Begrüßung eingeleitet hat. Und wir begrüßen heute jede Menge Hunde, nämlich genau zwei Hunde. Und zwar, Eddie heißt der eine Hund. Und ganz glücklich bin ich den Happy. Heißt der andere Hund. So Len, was machen wir jetzt? Irgendeine Botschaft für den Len, wir schieben den mal nach vorne, oder? Ja, genau. Dann nehmen wir den hier. Nein. Den können wir nicht direkt da hin. Ja, aber du kannst einen nach links gehen. Ja, ja, das mache ich auch. Ja. Dann geh da hin. Du musst dein Schiff auswählen. Hab ich, hab ich, hab ich. Nein, jetzt hast du es. Hä? Irgendwas, irgendwas gegen Ende die Kinder. Okay, jetzt, warte, jetzt, neuer Versuch, neuer Versuch, wir haben unser Schiff. Ne, ich glaube, gerade geht es nicht. Ne, das ist ja nach der Schlacht gewesen, weil wir haben ja vorhin die Schlacht angegriffen und jetzt ist der Gegner dran. Wird das von anderen auch ziehen? Ne, das war ja nach der Schlacht. Vorhin, wir haben Filusha gewonnen, wir haben Filusha angegriffen. Das war unsere Runde noch. Egal, du bist dran. Oh. Wir hatten in einer Runde, hatten wir Filusha angegriffen, Len. Ja, und dann sind die Gegner, haben ein neues gespawnt und sind gezogen. Und jetzt haben wir gar nichts gemacht. Doch, jetzt mach einfach, mach einfach. Was haben wir gemacht? Wir konnten nichts machen, weil es noch die alte Runde war bei Filusha. Wir haben die Runde dann abgeschlossen, nachdem wir gegen Filusha gewonnen haben. Und dann war, glaube ich, der Gegner wieder dran. Glaube ich. Nein, wir haben in der Runde gar nichts gemacht. Na gut. Wir werden trotzdem gewinnen. Wir können nämlich mit beiden Schiffen ziehen machen, die Gegner ja auch. Der Feind hat einen weiteren Kommandoposten unter Kontrolle. Na, dann wissen wir das jetzt zumindest. Ja, du hast verkackt, das wissen wir. Ja, eine Runde, Len. Gewinn du hier erstmal. Man kann, glaube ich, die Schlachten aber auch automatisch austragen, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir wollen, dann die Schlachten, ich würde sagen, wir machen die Schlachten automatisch, wenn wir sie schon mal geschlagen haben. Lassen Sie sie automatisch aufscheinen. Nein, nachladen. Oh mein Gott, die Treffen. Und wieso geht der Rebillen direkt von meiner Frische? Echt jetzt? Das ist gesehen. Ja, ja. Stell sich genau. Hallo. Das Gute ist ja auch, wenn wir in ihre Flotten immer zerstören, ist halt ihr Geld jedes Mal weg. Also ihre Tausend, die sie damit verdient haben. Und das ist, glaube ich, ziemlich ärgerlich für sie. Wir dürfen nicht ständig Kommandoposten verlieren. Halt dich. Wenn wir dürfen, wenn du bis hinten. Bemühe dich bitte mal mehr. Immer wenn der Länder hat das auch tun, ist mir nicht hier fängt. Was ist jetzt hier schief? Was geht hier ab? Ja, die geht dann neben dem Kommandoposten ein, wie es aussieht. Was geht hier ab? Wir können es auch mal Boni kaufen, wenn du willst, in der Schlacht. Aber eigentlich müsste man es auch ohne die schaffen, oder? Wo ist der Eingang da? Das war diese Höhle da unten, naja. Ich glaube, ich drehe am Rad hier. Am Ausrad vielleicht. Das ist nur das Geräusch, das ist nur das Geräusch. Keine Sorge. Okay, das ist hier unten immer das Raider-Geräusch. Ich drehe am Rad, was geht hier ab? Herr Drachenboschit cheatet doch. Wir haben gewonnen, Länder. Alter, wir sind 20 hier hinten. Äh, wo geht's hier raus? Da, wo die geht, da, das ist eine Annähe, da geht's nicht raus. Doch, da geht's raus. Hallo. Ja, Länder, wieder drei, drei hier in Folge gleich. Jawoll. Hallo. Wie viel hier auch gleich los ist. Nachladen. Boah, das sind hier alles. Ich glaube, Länder hat sich einen schlechten Punkt rausgesucht, um hier rauszukommen. Was ist hier schief? Auch da war es alles schief mit Länder. Das geht nicht hier ab. Das geht doch nicht. Wer macht denn sowas, Länder? Ich finde aber, diese Galaxis-Karte ist irgendwie noch ein bisschen unübersichtlich, wann man was machen darf. Da müssen wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen. Wie gesagt, wir spielen das jetzt auch gerade erst zum ersten Mal. Ich habe es damals gar nicht gespielt, die Galaxis-Karte, ich habe immer sofort einsetze oder online gespielt. Na, Kindes? Kuckuck. Ne, das ist okay. Ich könnte kotzen. Tja, vielleicht hätten wir uns doch mal einen Bonus holen sollen, oder? Meine Krise. Die zersägen uns hier ganz schön. Die nehmen uns auseinander, Länder. Wieso immer nur bei mir? Ich mache doch nichts anderes als die Drachenbursche. Das ist das Spiel anscheinend anders. Dem Spiel habe ich nicht gesagt, dass du jetzt dran bist. Das Spiel fühlt das, glaube ich, irgendwie nicht... Das ist, glaube ich, normal bei dem Spiel, oder? Ja, bei dir war es nicht. Ja, Länd, die Schlacht wird wohl nicht gewonnen. Ey, ich schmeiße gleich die Marse in den Kopf. Wie ist das denn? Wie habe ich mir das verdient? Ja, Länd macht hier immer die Kills, also... Meine Fresse. Nein, wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Wir stecken schwere Verluste ein. Halt die Klappe! Länd steckt keine... Also Länd schlägt sich echt gut, muss man sagen, aber... Die geht mir leider auch. Jesus! Sie können unsere Leute killen einfach nichts. Die lassen sich nur killen. Denn das ist sogar hier so ein Mehrschadensbonus, glaube ich. Ähm, danke. Die Frage, ob du es vielleicht schaffst, dass am Ende nur noch du übrig bist und halt, was ich, zehn Gegner oder so. Ja, ja. Das ist halt die Hoffnung. Holy moly. Das war gerade eben zum ersten Mal einer von den Soundbugs. Ein richtig langer, aber stört eigentlich nicht so. Hatte ich schlimmer in Erinnerung. Was ist das mit versteckt? Die haben jetzt nochmal Nachschub bekommen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist, glaube ich, vorbei. Weil jetzt hätten wir auch mal den... Wir sollten uns jede Runde immer den Nachschub kaufen, oder? Ich glaube, der könnte in Kriegsentscheidend sein. Ja. Okay, dann wissen wir jetzt in Zukunft. Die Boni, die bringen die viel mehr als im anderen Teil. Als im Teil 1. Die sind ja echt schlachtentscheidend. In Teil 1 kommt man auch gut ohne Boni gewinnen. Manchmal, außer man hatte den Wader Gegensicht. Und der hat gut mitgespielt. Dann war man ja schon ein bisschen kritisch. Ihr dürft nicht immer Leute verlieren. Halt die Klappe! Wenn es auch gleich erlösen wird. Ich tue dir mein Bestes! Nein! Die Übermacht von 45 Leuten. Okay, wir merken uns, wir kaufen uns ab sofort immer Boni. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Willst du mich verarschen eigentlich? Das ist doch nicht normal. Das Spiel in der Spiele, ich bin unschuldig. Guck dir das an, 35 gekillt. 35! Das war mehr als bei dir auf Felusha. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Jetzt machen wir es so, wie du meintest. Also du meinst, wir können hier echt noch... Na, jetzt haben wir ja angegriffen. Jetzt haben wir ja... Genau, Felusha gemacht gehabt. Genau, wunderbar. Jetzt können wir uns in die Runde beenden. Genau, und jetzt ist der Gegner dran. Genau. Ach ja. Und jetzt bist du wieder dran. Okay, gut. Jetzt hast du das hier, jetzt kannst du rechts unten bewegen drücken. Genau, ja klar, dann kann ich die bewegen, klar. Oder ich kann abwählen, dann kann ich den anderen auswählen. Ich möchte in dem Fall jetzt den anderen auswählen. Ja, dann drück mal abwählen. Aber ich will erstmal Bonus. Ich will mir, glaube ich, jetzt immer den Nachschubbonus. Weil der kostet fast nichts. Die Rebellion hat den Bonus Garnison gekauft. Ich glaube, wir können wir gleich nochmal. Aber ich kann nicht... Ja, doch. Die Rebellion hat den Bonus Garnison gekauft. Weil 200 ist halt nichts und das, glaube ich, könnte schon jede Schlacht eigentlich entscheiden. Ich glaube aber, du kannst mit jedem Schiff ziehen. Drück einmal abwählen. Ich mache abwählen, dann nehme ich den hier. Ah, warte. Ich muss auf den Planeten klicken. Und jetzt geht's dann auch. Ich darf nicht auf das Schiff klingen. Ich muss auf den Planeten schicken. Ach, du willst in die Raumschlacht? Ja, ich will die Raumschlacht. Ich will auf jeden Fall... Dann beweg ihn da hin. Ihre Rebellen haben die feindliche Flotte angegriffen. Wir greifen an. Wählen Sie einen Bonus für diese Schlacht. Warum kann ich keinen Bonus wählen? Weil es hier keine Garnison gibt, sondern du Punkte kriegst. Ah, okay. Du kriegst Punkte. Ach so, ich krieg Punkte für Sachen. Du musst 180 Punkte erreichen. Du hast unendlich nach... Ah, okay. Jäger mobilisieren! Jawohl! Jäger mobilisieren! Jäger mobilisieren! Ich versuche erst... Äh, Gegner? Wir haben keine Gegner. Gegner gibt es nicht. Und die Gegner gibt es nicht. Die Gegner sind leider ausverkauft. Und die sind hier auf der anderen Seite? Nee, du kannst sie einfach nicht sehen. Was? Was? Wo sind unsere Gegner? Da sind die Gegner. Das wäre richtig gut gewesen, weil wir einfach keine Gegner gehabt hätten, wenn wir einfach Raumschlacht, ohne... Ich versuche erst mal das Ding da oben zu zerstellen. Da hätte ich so ein Ex-Wing nehmen sollen. Gut, dann nehme ich... Dann nehme ich... Versuche ich reinzufliegen und erst mal drinnen Schaden zu machen. Ja. Hat ja vorhin ganz gut... Oh, du bist... Ich bin... Ich bin gleich tot. Ja, das stimmt. Wow. Das ist unerfreulich, aber wahr. Oh. 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 Ich glaube, ich will nicht aussteigen. Ich will nicht aussteigen. Granate. Ja, da sind sie alle wieder. Ich habe keine Granate. Ich habe mal diese Kackdinger. Ja, dann wirf doch. Du bist... Kommst doch eh nicht weiter. Nein, nein, nein. So, steh einfach. Das geht gleich in die Luft, gell? Ich habe einige... Ich habe einige... Ah. Alter, wie viel ich erledigt habe. Ich habe schon jetzt mal an. Das war richtig... Deswegen habe ich doch gesagt, Zeitbombe reinschmeißen. Das war sogar effektiv. Oh mein Gott. Ja, da fliegen sie alle. Da rechts ist ein Bomber, den würde ich aber... Nehmen wir den Y-Wing. Das ist so geil, wenn man einfach rausfliegt und keine Gegner sieht erst mal. Aber ich nehme jetzt mal die Fregatten da oben vor. Ich versuche mal, das Ding möglichst zu umfliegen. Die Fregatten. Wir führen momentan aus. Ja, durch deine Kills. Ja. Was war das? Wie viele waren das? Sechs oder sieben waren das auf einmal, oder? Ja, ja. Das war so krass, wie viele da rumgelaufen sind da drinne. Rumgelaufen? Rumgelaufen. Ja, wo ich reinge... Ja, wo ich reingekommen bin, sind es auch schon angefangen zu laufen. Du meinst, wo du ausgestiegen bist? Ja, richtig. Ja, war davor nicht. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir mit dem Ding machen. Ich weiß, die Fall nach unten, deswegen muss ich gucken. Ah, ne, die Schüsse doch nach vorne. Hier fallen sie nicht nach unten. Aber es war nur ein Teil 1, wo sie nach unten. Die schießen nicht gerade, die fallen halt nach einer Zeit nach unten. Ja, aber bei Teil 1 sind sie direkt unten rausgekommen. Was ist eigentlich auch logisch, aber... Ja, irgendwie schon. Aber, naja. Die machen gut Schaden. Wollen wir uns nicht beschweren. War auch der Ding, der hier kaputt. Nein, 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 nein. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. So, Buckley. So, Buckley. Na gut, das über nochmal. Okay, 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 okay. Aber schauen mal mit den Händen. Ja, ich bin Pilot, deswegen. Ja, aber ich bin so schnell. Ja, ich bin so schnell. Ja, ich bin schneller Pilot. Ja, ich bin schneller Pilot. Na aber das Ding noch kaputt, wenn mich das aufregt, wenn die ganze Zeit abgeschossen werde. So. Jetzt kannst du hier die Fregatte mal. Ja, doch. Ja, doch. Du darfst auch schießen, ne? Ich hab immer nur drei Schüsse. Nein, ich meine mit... Ach so, ja, ja. Das ist auch eine Idee. Das ist auch Schaden. Stimmt. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schwach, unsere zweite Attacke. Oben. 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 Du bist weg. Aber, Ziele habe ich erreicht. Mein Ziel habe ich erreicht, die Fregatte ist zerstört. Ja, richtig. Und wenn wir ihnen immer ihre raum-ääh-, ihre 1000€-Dinger-Zerstören, dann können sie sich bald nur noch verteidigen. Aber die Fregatte sind nicht die 1000 Credits. Das ist klar, aber wenn wir ihnen halt den Sternenzerstörer jedes Mal, also wenn wir sie besiegen, ist, glaube ich, der Sternenzerstörer weg. Ja. Und das müssen sie sich dann erst wieder kaufen für 1000, dann können sie nichts anderes kaufen muss erst mal den stern zerstörer zerstören das ist richtig muss man zerstören ich denke dass wir gewinnen müssen ja aber das resultiert hier ist ja gleich soll ich sage ich jetzt verlegen es ist einfach zu verlockend das hier zu zerstören was gerade so schön von mir fliegt auch wenn ich überhaupt nicht bomber gegen bomber das ist echt so not gegen elend dann setzt halt bomb mal ein wird ein wenig der wenn du schwul zielst und das heißt ja wohl zwei Wunder schade die mir da ich mir erhofft wir mal unten den Schild generator auszuschalten weil das waschen muss aber hochziehen das Prozent mit Hans Schissen auf den Schilden ja auch der Grund der aber Hans Schissens nach dem Leben ja und das an die Zahlungsuntergang mit dem Motiv um ein zerstören können das schild das schiff komplett gleich nein nein ich meine wenn ich es in den zeit steht lebenserhaltung ist es auch draußen kaputt dann sein oder ja okay oder auch schon der zweite in den bomber schön da fliege ich mal rein das ist ja korrespondierend diese blöden geschützt oder um die nerven mich aber das ist so die reine der wandel an dem anderen der flieger wer das wird es nicht gelandet hat sich geweigert zu landen tue es tut mir leid das ist richtig so mit dem ganzen den flugzeugen an den raumsschiffen die raumjägern der Sternzerstörer ist doch kein Raumjäger das ist nur ein großer Raumjäger Planetenjäger Planetenjäger dieses Schild ist schon fast unten ok wir machen die Raketen mein Schild unten ist mit Raketen sie ist halt auch unsere Schilde sind auch dort ja dann solltest mal kräftig auf die Schilde schießen ah diese blöde Autogeschütze die gehen mir so auf und sagt die Schild diesmal jetzt kaputt die regeln nicht auf diesmal schaffe ich es zu landen oder seiner Seite noch eins das sind die Vorteile platziert ist jetzt klappt es auch mit dem Landen ja jetzt sind ja auch nicht mehr ganz ok nämlich zurück alter wie viele sind ja immer von war da nicht so viele ich lieber um das Außen des Schiffes gut wir gehen wir nach dem äußeren so sind wir also lernen der Räder ja das mobilisieren der GmbH aber was machst du ich will noch einen drinnen haben da kann man zwei drinnen haben das ist doch natürlich da wurde mir gerade ein zweiter angezeigt kann wechseln schon egal wir probieren es so doch da wohl konnten da wurden gerade zwei Plätze angezeigt das Schild von den Gegnern ist fast da also macht das Schild weg von den Gegnern das ist dann eh wieder wenn er nein echt ist der dauerhaft kaputt das ist dauerhaft kaputt ihre Schilder wurden deaktiviert na gut umso besser jetzt kannst du unten das Lebenserhaltungssystem angreifen kannst du oben die Sachen angreifen kannst alles mit richtig kaputt machen probieren wir es ah diese dumme Autogeschütze ey die müssen die müssen echt mal ausgeschaltet werden hier unten musst du auf den Kopf fliegen damit die Bomben nach oben fliegen ja aber ich muss so fliegen so trist du nicht wette ich mit dir oh Len wetten wir Len will wetten ja zeig was sagen wir dazu Len ich sag dazu vielleicht habe ich es ja gesagt damit das extra trist hast du um mich zu motivieren das zu treffen ja ich glaubte mir natürlich wieder nicht also der Schiezer zwei zwei Kilometer schießt dem in der Rakete entgegen ich glaubte mir natürlich wieder nicht ne ich glaubte mir gar nichts also konnte man rollen ja der zweite Satz ging daneben Schade Satz mit X was Satz mit Schade ganz auch mit den normalen Schüssen drauf machen die machen wenig Schaden aber sie machen Schaden jawohl und wir führen mit aber sie machen wir haben ja auch irgendwie gewissen Geschütze oder so was ich vorhin geholt das hat man immer nicht gesehen weil das so schnell wie er weg war aber sie haben sich auch irgendwas eine Verbesserung wurde unten gibt es jetzt nichts mehr ich glaube es ist ganz sinnvoll weil unsere Leute in der Raumschlacht sogar alle Piloten sind weil unsere Schiffe dann permanent regenerieren und reingehen müssen wir eigentlich eh nicht ins gegnerische ich glaub die Verbesserung mit diesen Marines oder wie die heißen würde ich mir gar nicht kaufen überlege ich gerade außer ich nehme einen dann ist natürlich wenn ich da mit Marine reingehe da habe ich natürlich alles um da drinnen schießen auch normal ja ok Len wir schießen nur für dich schießen wir auch normal drei Schüsse davon sind eine Bombe ok wenn du während dem Bomben schießen normal schießt dann geht das alles viel schneller ok Len wir machen schneller für den Len ich will ja bloß sagen ich will bloß effizient sein ne er hat man ja gesehen auf Dagober ich war effizient auf Dagober was die KT macht weiß ich nicht aber ich war nachher von mir und die Brücke als nächstes Geburtstag egal oder kommunikationsdinger kaputt aber hier hinter mir nicht dämlich ich bin langsam ich bin einmal hin und her schießen schießen mach ich doch schon mal schon hinzu maniert abgetroffen jetzt vielleicht nicht aber ich hatte getroffen das ist wichtig das ist essentiell es ist mir klar können die Dinger wieder reparieren ich glaube nicht nein es hat einfach so wenig Leben äh so viel Leben noch das ist aber brauchst du nicht mal Bomben für so damit du mal Ruhe ist das ist die Brücke ne die Brücke ist noch drüber glaube ich das ist kleine blaue oder ja aber das macht auch schon flieger rein dass das funktioniert bei der Brücke habe ich gelernt im Film im Film im Film vom Film vom Film ja ja du schießt aber ich schieße keine Bomben mehr weil die alle leer waren jetzt hast du wieder Bomben jetzt ist ein bisschen spät aber wir haben auch schon wieder hier der dreht doch einfach um das bringt dir mehr Punkte als wenn du jetzt zehn Minuten nach vorne fliegt dann wieder zurück fliegt dem Ding mal irgendwie mehr schaden das hört nicht so viel aus wie das andere aber auch kein Abfangenäger unsere Brücke wurde zerstört nein unsere Brücke wurde zerstört dann ist eigentlich normalerweise das Schiff kaputt also er explodiert irgendwie dann immer das Schiff ne hier nicht ne sieht irgendwie lustig aus hab ich gar in Erinnerung das ist so schön blau leuchtet kann es auch schießen ja ich bin an jeder drachen momentan ist die Schiffe auf jeden Fall mehr zerstört sonst was fehlt uns noch diese Dinger umkommt man auch mal geboten machen oder diese da ne echt nicht sie sind nicht essentiell zur Zerstörung geschossen innen drin fehlt noch der Energiedingster diese grünen Rohre die grünen Rohre die müssen noch zerstört werden die zählen auch noch als einzelner genau die können von außen nicht zerstört werden ja sie ist so gut dass ich dich dabei hab ich hätte das nicht gewusst ja wir holen die Abfangenäger bestimmt unsere Bombe bestimmt nicht runter aber siehst du mal noch mal einen verzweifelt der Versuch rein zu fliegen ja jetzt sind sie wahrscheinlich nicht mehr so viele ha 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 wenn ich doch nur Raumschiff fliegen so viel schneller gehen wir werden angegriffen das ist keine Übung nicht schade alter der hält nicht an ich schwere ich hab auf Landen gedrückt er lenkt 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 er das ist gelandet der Jungs hat alle 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 er hält nicht aus aus unternehmen fliegt es das Schiff einstellen da sind die die Kinder weil ich nicht in Deutschland sagen ja für für den Endspurt warum diese sogar in der Staffel zu sagen wenn ich schon mal hier bin da war zwei erledigt ich habe auch schon mit der Eilis ich kann man nicht weiter mit viel zu viele hat es vor von der war wir haben eine Bombe vor die Bombe drinnen in der Zeitpunkt und die Borddauer dinge nein rechts 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 oder wie viele erledigt soll das machen ja hast du das ding muss ich das ist weiter vorne so ist es manchmal ist es wechselt manchmal die position von dem ding weg von der explosion ja einer will ich mich nicht erwischen jetzt bist du unter dem autobeschutz halte schede was wir haben gewonnen jawohl so schön oder danke es ist aber nicht ob das schiff zerstört ist ich gehe mal stark davon aus wenn ich werde und du hast es ja nicht zerstört was ist bloß geschwächt wenn wir gleich sehen da war es zerstört ist er bayern wird gerne und gesiegt gesamt die kriegen weißt du 200 unterschied dafür dass ich ein ganzes denn die versicherung und sei alles die verdient zurück ja gut aber es ist für sie ziemlich ärgerlich dass die tausend dadurch verloren aber wir müssen jetzt die runde beenden müssen wir das schon drück mal zurück ja weil nach einer schlacht ist immer runter beenden jetzt ist der gegner noch mal dran greift er gleich bauen sich schon wieder eins auch nächste raum schlacht viel spaß da drachen bürger dankeschön ich kann sie gerne geben dann aber nicht wieder verkacken bitte bitte nicht länden was das macht sie konnten sich überhaupt schon wieder ein leisten eigentlich sie haben sie brauchen kein geld aber ich hoffe sehr stark dass es das spieler nicht so dass man das unsere das ist ein anderer zerstören zerstört ich weiß glaubt aber ne der der kann sich zerstören ja ich weiß ich weiß dass regatten wieder zerstören die fregatten der raum kämpfer die auf jeden fall zu gehen geschützt ich weiß noch aus mit zweimal in eine richtung soweit man aus land weiß wie es geht danke es geht auch mit der steuerung besser oder natürlich noch nicht noch nicht wie meisterpilot drachen bursche aber also gar nicht so hämisch lachen die fähre darf nicht landen dann wäre es nämlich eine runde fähre das ist er hat nur gesagt dass die fähre nicht landen darf ja das habe ich gehört naja die galaxis eroberung glaube ich das könnte eine längere angelegenheit werden länger als auf jeden fall beim anderen machen jemand die raumschlachten mit dabei hat richtig und du wolltest es unbedingt spielen die zuschauer wollten wir es dass wir spielen ich wollte auch mal ausprobieren die galaxis eroberung ja stimmt schon immer so ein nachmittag dann für eine galaxis eroberung ungefähr ein bisschen beschäftigt aber ich dachte man könnte die schlachter automatisch machen da war es in dem anders aus bettelt und die automatisch machte also nicht sehen was wir gespielt haben im einsatz sondern in dem ricken mission oder nicht wie gemischen das ist kein bett von wenn ich glaube ich war das wirklich ausprobiert oder die scott von eins von beiden